sobald kann es gehen in meinem Let's Playtime Reiter hoch 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 Gott klar du machst du machst mir manchmal wirklich Angst wo müssen wir jetzt lang? wir müssen da lang gell wohin die auf? ok ja ja kommt wieder herkommt das war dumm das war sehr dumm ok er macht ja nichts macht nix macht nix es macht nichts wirklich nichts das war noch dummer ja das ist nie passiert so haut ab Moment wir warten jetzt nochmal auf sie geht weg geht weg 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 klar bitte ok 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 so äh Moment. Wir speichern jetzt hier. Speichern. Oh Gott, 100 Speicherplätze. Na toll. Ich wollte aber nicht mehr haben. Ich habe mir extra vorgenommen, nicht mehr als 100 Speicherplätze. Was habe ich jetzt? Ich habe bestimmt dann gleich die ganzen Levels mehr als 100 Speicherplätze. Nur wegen den blöden Rosen. Na egal. Egal. Ab zwei, wir kommen heilen. An dem Ende des Levels. Oder? Würde ich jetzt sagen. Ja. Okay. Ähm. Wir müssen uns das Ganze mit dem ganzen Weg wieder zurückkrabbeln. Lalalalala. Denn hier müssten wir nämlich gar nicht lang. Was noch so eins? Moment. Ich bin doch falsch gegrabbelt, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Hä? Nee. Hä? Hä? Okay, Moment. Spielern. das war doch ganz sicher dieser wiki lang das habe ich jetzt schon wieder angestellt dieses spiel dieses spiel warum sind da solche dinger wir versuchen es einfach ein weiteres mal wir schaffen das nur noch gut sie erwischen mich so nicht so krabbeln wir mal hier nochmal durch irgendwas habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht oder was ich krieg die krise hätte ich doch bloß nicht diese rosen geholt bloß echt warum habe ich dazu mich entschieden aber ich werde jetzt nicht aufgeben nein ich gebe nicht auf nein stopp wo soll ich das erste überspringen oh gott oh gott was ich auch versuchen kann durch sprinten das ist das 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 ist das Tut dem Kopf weh. Okay, Leute, ich melde mich gleich wieder zurück. Leute, wir müssen es einfach schaffen. Kann ich hier entlanglaufen? Oh Gott, das erwischt mich sogar noch hier. Ich muss da aber durch, Leute. Doof. Ich darf bloß nicht die goldene Rose geholt. Oh Gott. Das ist ja zum Kotzen. Okay, Spiladen. Muss ich mich heilen? Wisst ihr was? Nein, das geht. Das bringt nichts. Ich nehme mich jetzt einfach schnell heil. Das bringt doch nichts. Okay. Ganz locker bleiben. Es gibt eine Lösung. Es gibt ganz sicher eine Lösung. Moment, wenn das weggeht, kann ich hier ganz kurz aufstehen und dann loslaufen. Ach, du scheißen Dreck. Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn. Minipack. Okay. Schnelles Spiel speichern und dann geht es wieder weiter im nächsten Video. Oh mein Gott. Nein, nicht laden. Oh Gott. Hoffentlich habe ich jetzt nichts falsch gemacht mit dem Gegner. Oh meine Fresse. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. trigoneg undblue- schnellen und dann gibt es noch ein Blödsinn. Vielen Dank.